Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Einige professionelle Dokumente, die du nicht verstehen kannst Ha, ich bin ein professionelles Dokument Ich finde diesen atmosphärischen Horror auch nur sehr durchschnittlich Sehr mysteriös, immer dieser Oh, mein Rücken Ja genau, fliegende Betten Oh mein Gott, das ist so groß Das ist verbarrikadiert Oh mein Geist hinter mir Oh mein Gott, das ist so großartig Ja genau, das ist so großartig Das ist so großartig